Best-of-Kleinanzeigen, Part 85. Mein Lieblings-Part, äh, mein Lieblings-Format. Das war zuerst, der Baum oder die Garage? Oldtimer steht seit 25 Jahren in der Garage, nur 72 Kilometer gelaufen, zu verkaufen. 32 Zoll LG-LED-Monitor, ultradünn, Full-HD-Top-Zustand. Guck mal, da ist vor allem der Kommentar da drunter so, Wampi lässt grüßen. Ey, ist aber gemein. Zu verschenken, kann es gerne für 5 Euro verschicken. Oder es kann abgeholt werden. Wenn, dann müsstest du sie zu meiner Andresse schicken. Solange es in Deutschland ist, wie gesagt, für 5 Euro kann ich es gerne schicken. Aber ich wohne in der Oberpfalz, leider. Weil sie so nett sind, kann ich es auch für 5 Euro in die Oberpfalz schicken. Ey. Rosen sind rot, frech bist du immer, nur in Online-Chats. Denn scheinbar hast du nur massive Eier im Netz. Massive Eier im Netz. Der Preis ist zu hoch. Würde mit 5.000 Euro einsteigen. Hallo, wer bist du? Dass du entscheidest, ob der Preis angebracht ist oder nicht. Ich bin Dieter Bohlen für Autos. Klingt wirklich so, als wenn dir einer über die Klöten gefahren wäre. Eure Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich, dass ihr beide nervige Witzfiguren seid, oder? Für 5 Riesen würde ich mir die Möhre mal anschauen. Für 5 Riesen kannst du mir meine Möhre mal anschauen. Hallo, was wiegen die Kisten, wenn die voll sind? Kommt ja drauf an, womit die voll sind. Mit Bananen 23,16 Kilogramm. Ich habe mal bei einem Umzug geholfen. Und alle Kisten waren zu schwer. Darum will ich wissen, wie schwer diese sind. Leer sind sie leicht und voll kommt es auf den Inland ein. In Durchschnitt, wie schwer? 50 Kilogramm. Immer 50 Kilogramm. Nee, dann sind die mir zu schwer. Schade. Ich brauche eine Pfanne, die zu mir passt. Was für eine Pfanne soll das sein? Pfanne für Eier auf Stahl. Verkaufe dieses Handy. Handy ist nicht im Bild. Da ich es für das Fotomachen gebraucht habe. Handy ist so lang und so breit. Das ist geil. Der ist echt geil. Rosen und Rot. Geld verdienen wird immer schwerer. Deshalb bin ich jetzt in meiner Freizeit noch Tommy Hilfslehrer. Er kennt nicht Tommy Hilfslehrer. Das ist meine Lieblingsmarke. Wäre es möglich, die DVD abzuholen? Liebe Grüße. Nein. Darf ich fragen? Warum? Ich hasse menschliche soziale Kontakte. War nicht mal bei der Beerdigung meiner Oma. Weil mir da zu viel Verwandtschaft war. Porto ist für eine DVD, aber auch nicht die Welt. Das hast du sehr überzeugend vorgelesen. Richtiger Menschenfreund. Könnte auch ein Eisbär sein. Verkaufe dieses Brett in Hundeoptik. Das ist geil, ne? Ja, das ist echt geil. Wobei auch beides total gleich aussieht, ne? Was ist das denn, Alter? Alter. Verkaufe Sarg wegen falscher Diagnose. Ungenutzt. Unbenutzt. Vor allem in Klammern so. Unbenutzt. Elon Musk hat 250 Milliarden. Auf der Welt leben 8 Milliarden Menschen. Wenn er jeden eine Milliarde gibt, bleiben ihm ja immer noch 42 Milliarden übrig. Eins plus eins zu zählen, ja klar. Offene Lederschuhe, Größe 39. Sind die Schuhe noch da? Ja. Kein Wunder, die sieht scheiße aus. Adria Adiva, 205 UK Mover, Markeis Etagenbett. Fünf Personen. Markise. Markise, Markeis, Digga. Schönen guten Tag. Ist der Schrott noch zu haben? Ich würde das alles auf einmal abholen und habe einen großen. Ich habe auch einen großen. Okay. Okay. Hallo mein Freund. Für 195, ich hole direkt. 250 Euro und du holst direkt, okay. Schade, Bro. Bekomme nicht genug Lohn. Ey, alles klar. Lieb dich trotzdem Hase. Da fühlt man sich doch dann trotzdem besser hinterher so, ne? Fühlt man sich echt gut aufgehoben, ne? Bei dem Bro hier. Wer kennt ihn nicht? Gemälde, geiler Leo Galilei. Ist das der geile Leo? Guten Morgen, ist das Auto noch da? Guten Morgen, ja, das Auto ist noch da. Was machen Sie noch am Preis? Was soll ich daran machen? Nix. Bleibt der so. Benzinkanister, Kraftstoffkanister, 20 Liter. Bitte mit Versand. Ich bezahle auch mit Paypal. Tut mir leid, ich habe kein Paypal. Ich gehe jetzt kacken und wenn ich damit fertig bin, haben Sie sich ein Paypal-Konto angelegt. Klar. Das ist ihr, was? Büsche, das ich nicht mehr ausgeben kann. Budget? Achso. Vor allem liest du das auch noch Büsche so. Büsche, ey. Büsche, ich wollte schon sagen, das heißt doch Büsche so. Das war eBay-Kleinanzeigen Part 95. Wenn ihr mehr wollt, sagt uns Bescheid. Heißt du Patrick? Ja, nein. Okay. Noch Interesse oder nicht mehr? Weil ich nicht Patrick heiße. Ich hätte das lieber von Patrick gekauft. Na dann.